So, Moin! Folge 2 zum Real Talk Small Talk bei Ademax, mit Ademax und der Joachim ist auch dabei. Und dann haben wir noch einen... Moin Moin! Genau, Niklas Bringschudder, auch von Ademax. Heute mit dabei, nachdem gestern der Kollege Felix Binz schon dran durfte. Und jetzt mal gespannt, worauf ich mich hier eingelassen und gemeldet habe. Gestern ist natürlich ein großes Wort, wir sind natürlich hier in der Zeitplase unterwegs. Das war natürlich vor 17 Wochen oder so. Man weiß es. Ist ja Versuch Nummer 2. Was machen wir denn? Machen wir das? Haben Sie eine Frage erstmal, bevor wir hier über Firma sprechen? Naja, alles gut. Haben Sie was Privates irgendwie? Was Privates? Nicht für die Öffentlichkeit. An mich auch nicht. Welche Fragen? Ach, wann geht es wieder los? Wann geht es wieder in den Süden, in die sonnigeren Gefilde? In die spanische Sonne oder in die indische Ozeansonne? Ach, da geht es auch hin? Da geht es jetzt ja. Am Montag. Am Montag. Also am Samstag nach Paris und dann am Montag, also am 6.3. Am 6.3. geht es dann in die indische Ozean, kleine Insel, La Reunion. Französische Kolonie südlich von Mauritius. Ja dann, besseres Wetter als hier wahrscheinlich. Und besserer Strand. Besserer Strand als Spelle. Ja. Ja. Hallo, was ist hier los? Jetzt geht es ran. Jetzt geht es ran. Ja, da geht es hin. Alles sehr gut. Aber auch nicht lange. 30 Tage. Schnell auch noch. Schnell vorbei. Schnell vorbei. Schnell vorbei. Kein Jahrhundert. Ne. Erster seit 13 Jahren. Und außerdem auch immer live im Homeoffice. Live im Homeoffice, live im Chat. Jetzt sind wir dabei. Genau. Dann gucken wir mal was passiert. Am Beach Office. Und Sie hier? Seit? Jetzt mittlerweile auch. Schon länger als ein Jahr. Dezember. Ganz geplant, ne? Ja, genau. Ne. Dezember 21, ne? 17.21. Genau. Das waren auch Zeiten. Ja. Da war es noch alles in MZ, etwas kleiner. Alle in einem Büro. Keiner hatte sein eigenes. Jetzt ist es ja ein bisschen immer noch nicht eigenes. Aber jede Abteilung wenigstens. Gemütelige Teilung. Genau. Fürs Freude. Genau. Und wir haben hier Ihre Aufgaben? Ja, hauptsächlich Verkauf. Wenn es klappt. Wenn es klappt. Genau. Wenn der Kunde mitspielt. Deine Handball. Genau. Beratung, Verkauf, aber auch natürlich alles was sonst so hier anfällt in einer kleinen Firma ist ja immer was zu tun. Lieferung an Kunden vor Ort fiel. Wir haben ja auch jetzt nächste Woche unseren Tag der offenen Tür. Lange Nacht. Wie wir es auch nennen wollen. Dann kommt wieder der Druck, dass wir das Video vorm 10. Februar rausbringen. Bis dahin, denke ich, wird das geschnitten, oder? Ja. Man weiß es nicht, ne? Wir schneiden ja offensichtlich gar nichts. Aber guck mal mal gucken. Den Handball vielleicht ein bisschen. Oder die Jugend frei. Achso, ja. Das nehmen wir raus, ne? Das Einer. Ja, das Einer nehmen wir raus. Das müssen wir rauslegen. Das gibt's Ehrger zu Hause. Das stimmt. Na also, wenn das Video vorher kommt, 10. Februar, 16 bis 22 Uhr. Dann machen wir die Tür auf. Genau. Ich bin vor Ort. Genau. Und dann hauen wir alles raus, was da ist. Ja, mal gucken. Also, wir haben das zwischen 3 und 4 Prozent. Wie das Lager nach Freitag aussieht. Ja, und das Lehrer ist voller, ne? Genau. Ja, das ist, denke ich, kriegen wir doch hin. Gibt ja auch vielleicht die ein oder andere Wurst, Kaltgetränk dazu. Ja, Wasser, Wasser, Wasser. Wenn der Alkohol erstmal fließt, dann... Dann geht das, ne? Ja, sollte das möglich sein. Ja, so. Lieblingsprodukte hier in dieser Firma? Ja, einige. Ja? Einige eigentlich. Was denn? Weiß nicht. Ich hab so einen Fernseher vorbereitet. Ich hab so einen Fernseher vorbereitet. Wir haben da was vorbereitet. Ja, eigentlich in jeder Kategorie unterschiedlich, ne? Also, einige Lieblingsprodukte. Wo wollen wir anfangen? In welcher Kategorie? Also, mein allerliebstes Lieblingsprodukt sind natürlich die Industrieanleger. Also, hier bei uns, bei Adamax. Alles, was mit ITC Power zu tun hat. Mittlerweile haben wir auch noch ein paar mehr neuen Hersteller mit drin. Ja, es passiert. Es ist... Mach mal weiter. Ich finde das schon wieder. Genau. Aber natürlich auch die Italiener, die Energy, die grünen Geräte. Alles, was mit ITC Power hat, ist letztes Jahr sehr gut gelaufen. Aktuell mit ein bisschen Lieferzeit. Das auch schon. Ab und zu haben wir ja mal auch was auf Lager. Ja. Hier, sowas hier. So hoch ist ja. Genau. Ja. Aber mittlerweile haben wir auch Compact AI Power mit dabei. Aber... Ja, guck mal hier. Guck mal hier. Profi-Fotor mit da drin. Genau. So was hier, ne? Solche Feinheiten, geile Nummern, die da drin. Besonderheiten? Ja, also die Energy Geräte, die haben ja leider eine etwas längere Lieferdauer. Aber das sind irgendwie feine Geräte. Aber die ITC, den habe ich ja leider noch nicht live gesehen. Der kommt ja jetzt noch. Genau. Also das ist eigentlich ein ganz cooles Gerät, weil wir da, weil alle, wo wir den Einfluss drauf haben, Industrieaklidate haben eigentlich keine Steckdose. Da wir aber viele Kleinfirmen geliefert und auch private Leute, haben wir halt hier ein paar Steckdosen dran gemietet. Und damit der Kunde auch direkt anfangen kann, auch nicht erst ein Elektriker bestellen kann und über ein Klemmbrett oder sowas zu arbeiten, ne? Ja. Ja gut, haben die Größen ja auch, ich glaube ab DG 65 KSE sind die dann alle mit Klemmleiste, mit Premium Home, mit Klemmleiste ausschließlich. Und für alle die kleineren ITC Power und Compact Industrieaggregate und die Energy, die haben alle die Steckdose in die Power genommen. Hier haben wir auch noch ein Problem, ne? Ja. Ja. So, jetzt hier drin, brauchen wir wieder hier mit Steckdosen. Das ist ja Wahnsinn, aber Steckdose rein, ne? Sollen wir noch, müssen wir noch was Schönes, Großes zeigen, oder? Ich weiß nicht, das Größte, was wir hier auf der Heute haben, sind die 150er, 165er, ne? Haben wir aber jetzt gerade auch, beziehungsweise ich war nicht dabei, aber in Spanien im Lager war ja ein 250er und 275er. Ja, da hat sich nochmal ein bisschen größer. Kannst du aber als Tiny aus begrüßen. Ja. Da passt auf jeden Fall an. Sind ja jetzt auch ausgeniefert worden, alle drei. Ohne Probleme, würde ich mal sagen, ne? Es ist einfach so geflutscht, da gab's glaube ich überhaupt keinen Problem. Ne, einen anrufen, dann waren die zugestellt. Ja, und dann musste höchstens mal ein Kran bestellt werden, weil es durch die Pforte der Schule nicht gepasst hat. Ja. Dann musste einmal drüber gehoben werden übers Schloss. Ne, genau. Auch ohne Umwege. Überhaupt. Einen Anruf. Einmal kurz, hat er dort vielleicht noch Speller gesehen, aber... Kranführer anrufen und dann wird er drüber gehüpft und fällt, ne? Zehn Minuten. Nein. Die sind ja nochmal ein bisschen größer. 250er, 275er. Ja. Drei Meter. Ja, da können wir vielleicht mal die... Ich weiß nicht, ob wir das nachher noch so machen, dass wir da Bilder einspielen können. Aber die... Herr Wagner ist doch da. Der hat doch da auch übernachtet, oder? Ich such's mal kurz raus. Der Wagner freut sich, dass er hier live dabei sein wird. Ich such doch mal ein Bild. Reden wir so lange weiter. Da... Da... Ich such das Tiny House mal kurz so raus. Ja. Ja. Also... Mittlerweile wieder ein bisschen Lieferzeit, aber... ähm... Letztes Jahr sind hier... wirklich... gut gelaufen. Und die kommen alle dann aus dem... aus dem warmen... Spanien. Werden verspätet so geliefert. Meistens ohne Probleme manchmal... Hallo. Bei den größeren Geräten dann doch... mehr Herausforderungen dabei. Wie man jetzt gleich sieht... auf den Bildern... die sind dann doch schon etwas größer als ein DGP. Die Bilder... Ich weiß auch nicht, was hier passiert ist. Mein... Da kriegst du ja hinter... die Bilder... Ja... Ja... Ich hab jetzt gerade... äh... perfekt rübergeleitet... und dann... wie das Bild... das Bild weg ist. Aber jetzt ist es aber klar... wenn man das hier... überlauptlich... Das geht gleich. Ich lass mal laden... Da ist er doch schon... Das ist ja... 2,50 Meter ist das... Da wo wir gestern dann... zwei Räder... direkt zugestellt haben. Genau... Weil hier... ein bisschen auch... locker drinnen... Ja... Ja... So... Dann aber hier... wieder... So wie ein anderer... hat mir wirklich... versteht mein Geschick... Genau... Ja... Nö... Aber das... im Industriebereich... Was haben wir drauf? Sind die schon nett, ne? Ansonsten... wenn es ein bisschen... ähm... auch... diese... ein bisschen kleiner sein darf... mit 8 KVA... Kamo... immer sehr beliebt... Ja... Ja... Genau... Etwas größerer Tank... ähm... so für... normale... Privateinspeisung... Privatsicherung... für... Privathäuser... kleinere Gebäude... Firmen... äh... wird der gerne genommen... auch einer meiner Lieblingsgeräte... weil die halt eben... über das Display nochmal... ein paar extra Features mit dabei haben... Witzeschutz... automatische Anlasser... 16... 16 Ampere... Schuko-Steckdose... direkt im Gerät mit dran... damit man... ähm... auch mal einen Verbraucher... so betreiben kann... wenn man nicht unbedingt... einspeisen möchte... wird ja jetzt glaube ich... auch nochmal... neu gemacht... das Gerät... ja... oder ist das noch unter... unter Verschluss... das ist ja... halb... ich meine... die werden ja immer... die werden ja immer... optimiert... ähm... mittlerweile auch... sieht man jetzt hier... auf dem Bild nicht... aber haben sie ja alle jetzt mittlerweile... ähm... das Batterieladegerät... genau... intern... genau... dass man es einfach... über... über die Schuko-Steckdose an... äh... sich auch nicht mehr daran kümmern... dass man die Batterie... wenn man... halt mal eben... nicht... jeden Monat... jeden zweiten Monat... betreibt... dass man... dann halt... wenn man starten möchte... auch eine volle Batterie hat... genau... der da steht... oder... in der kalten... in der kalten Garage... man muss ja bei den... automatischen Starten erstmal... mal ein L-Schnüpfchen drücken... ja... naja... naja... na gut... oder vielleicht beim zweiten... dritten Versuch... damit er dann doch... mal gucken... aber hier eigentlich... ja genau... hier ist es halt eben... über das Display regelt... noch was Gutes... hier... bei den Diesel... bei den Diesel... ähm... ja... was haben wir... wir haben aktuell ja... eine Chance... oder wie Sie gerade sagen... eine Aktion... bei den... Aitor-Geräten... dass wir halt eben... die... ATS-Boxen... und Wartungshacks... mit dabei haben... ja... soll ich den Elfer zeigen... oder... den Elfer... genau... der ist ja... da sind ja... 3,4 Stück... auf Lade... ja... ne... genau... der hat ja noch ein bisschen... größeren Motor auch... von der Gebickzahl her... von daher bringt er auch... die 7,5 kW... im Gegensatz zum Beispiel... mit dem einen oder anderen... Gerät... der bringt es auf jeden Fall... genau... der hat ja den großen Motor drin... ist der größte... oder... stärkste... Einzylinder-Diesel-Motor... der so auf dem Markt ist... um auch wirklich die Leistung zu bringen... da sieht man dann meistens auf... äh... überreiten... 600... 633... um das rauszubringen... das sind immer gute... Anhaltspunkte... um sich das mal... im Internet anzugucken... dann weiß man auch... was rauskommt... da wird auch... jedes Gerät... getestet... mit... äh... Belastungsbank... auf maximale Leistung... jedes Gerät... immer einzeln... bevor die... versendet werden... dann nicht bei uns... muss man das denn werden... wir... was wir aber immer anbieten... bei den Geräten... das ist auch so eine... Erstinbetriebnahme... das heißt... dann werden die Geräte... bei uns ausgepackt... vorbereitet... kontrolliert... wieder verpackt... ein Zettelchen wird gemacht... das auch wirklich... alles gemacht worden ist... die kommen dann bei uns... unter Verschluss... und... äh... für einen kleinen Euro 50... äh... kann man das dazu... das Gerät dann hat... und man kann sicher sein... dass... ähm... alles soweit vorbereitet ist... dass man eigentlich nur... mal anschließen muss... oder der Elektriker... das dann anschließt... und... bisschen diese rein... Benzin rein... je nach Gerät... und das war's auch schon... ne... Batterie ist angeschlossen... das muss man nicht mehr machen... bei normaler... Öl aufgefüllt... äh... bei genau dem Gerät... ist es jetzt auch so... dass die Reifen glaube ich... auch noch montiert werden... bei den anderen... sind die also... mit dran... genau... kannst du halt direkt... äh... äh... getestet... äh... 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 damit es auch kein Montagsgerät gibt... damit es kein Montagsgerät gibt... ja... da haben wir jetzt ATS Box... haben wir das gesagt... dass wir ATS Box direkt dabei haben... genau... ne... hier können wir die kaufen... für 399 Euro... ne... muss... muss man aber nicht... ne... das ist ein Trick... das ist ein Trick von uns... das ist ein Trick von uns... ihr könnt mal vielleicht korrigieren... aber... jetzt haben wir es halt auf Video... aber... äh... hier ist er aktuell... ist er dabei... gestern noch... musstest du 399 Euro... äh... äh... inlegen... ne... heute ist er mal dabei... mit dem Wartungsset... wie lange das läuft... äh... eigentlich vom Lagerbestand... glaube ich... ne... genau... solange der Vorrat reicht... so fair sind wir... ich glaube... die Kollegen aus der Logistik... aus der Logistik... die filtern das dann nochmal... ja... da wird man auch anrufen... ob er wirklich 2 Volt oder nicht... aber das ist... glaube ich... ein sehr... sehr schönes Produkt... ne... da haben wir hier den Luder... das machen wir ganz schnell... das ist ein Zweizylinder... ne... mit 13 kVa... aber luftgekühlt... und der funktioniert auch... weil die meisten luftgekühlten... Zweizylinder... die kannst du dir gut angucken... aber wenn du die mal... ein paar Stunden laufen lässt... äh... auf Wiedersehen... ne... der hat mich... den haben wir getestet... der läuft... also öfters getestet... Langzeittest... da gab es keine Klagen... glaube ich... ne... hab ich ihn nicht gehört... nein... ja... so... andere Kategorien... oder was... äh... ja... wir können uns noch... ähm... zapfeln... glaube ich... ist zu speziell... oder... aber... haben wir aktuell sogar da... also eigentlich auch eine... eine Realität... oder... 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 die Italiener... die... ach so... hier... die... FOMO... der hergestellte Pohn... die Stamm... 18er... aktuell hier... und 38er... auch super selten... also... es gibt Mitarbeiter hier... die sind schon... knapp über ein Jahr da... die haben noch nie... ein Zapfchenaggregat gesehen... außer seit... vorgestern... ja... verkauft... ja... sehr selten... normalerweise... drei bis vier Monate... ich glaube die... die jetzt ankommen... hier... die haben wir... letztes Jahr... im März... im März... im März... die... äh... die... äh... nächste Woche kommen... die sind im März... letzten Jahres... gestellt... ja... deswegen... dann haben wir... ja... vorverkaufen... immer mehr... verkaufen... was war dazu... was sonst hier... was... ähm... Gasstromerzeuger... in Werther... was... Gasstromerzeuger... ja... auch immer sehr beliebt... ähm... weil man einfach... neben Benzin... noch eine ganz normale... Propangarflasche... anschließen kann... die man überall... Baumarkt... ich glaube sogar... Getränkehandel... Reifeisen... und so weiter... vielleicht hat man... eine mal zum Grillen da... und... ähm... ja... in Fall der Fälle... könnte man halt... die Geräte... auch damit betreiben... manche machen es auch... ja... das ist einer... jetzt mit... äh... 3,5 kW... ähm... ähm... sehr zuverlässiges Gerät... den... sehr gerne genommen... gibt's kleiner... das ist gerade für so... die Camper... interessant... die mit dem... Wohnmobil unterwegs sind... die nehmen welche... mit 2000... gibt's aber auch... mit Mehrleistung noch... ähm... du musst die nie auf Benzin laufen lassen... du kannst... mhm... musst aber nicht... somit für Wohnmobile und so... hast halt keine Berufsentwicklung... ja... kannst du halt einfach nur auf Gas... das ist nicht so wie man Auto... wo du auf Benzin starten musst... dann auf Gas umschalten... da kann man... das Gerät braucht nie Gas... oder nie Benzin sehen... ja... genau... das ist halt der Vorteil... und da... hat jetzt auch neu... ne... Verbrauchsanzeige... wie viel Prozent Auslastung... fahr ich gerade... das gab's aber auch nicht... das ist auch immer ganz interessant... ob man den Füll noch anschließen muss... oder kann... oder was auch immer... oder Kaffeemaschine... oder ob's nicht mehr geht... äh... ne Füllsteinsanzeige... für... einen Benzintank natürlich... Gasflaschung muss... ne... gucken wo das Gas gerade steht... ne... oder anheben... ne... wie ein Tragetest... äh... genau... aber Gas ist ja auch länger halber... als ähm... man munkelt zehn Jahre... mindestens... von daher... ähm... ja... Benzin... begrenzt... lagerbar... oder der Lautlagebar... ähm... von daher... mit Gas... immer eine gute... ähm... ja... ja... die man da hat... ich liebe die Geräte... ja... wir sind sehr beliebt... also gerade dieses hier... der etwas größere... mit... 4000... äh... hat man auch immer Gas nochmal da... und sowas alles... äh... und jetzt ja auch neu... mit noch mehr Leistung... ne... ja... guck dir den Fisch an... ganz neu auf dem Markt... guck dir den Fisch mal an... 7700 Watt... auf Prinzip... zehn... 10% sieht man immer ungefähr... auf Gas betreibt... genau... genau... da hat man halt ein bisschen weniger Druck gerechnet... 7 kW dann... ja... damit kann man da schon einiges bewegen... ne... Wichtig ist immer... Gasgeräte mit... wenn es die mit ATS Anschluss gibt... funktionieren die nicht... auf Gas... die ATS Anschlüsse... weil... deutsches Recht... haben wir auch ganz viele Fragen... ja... deutsches Recht... die Gasflasche... muss zugedreht werden... nach der Berutzung... also... kann er ja nicht starten... ohne Gas... genau... also sie müsste ja... um auf ATS automatisch zu starten... wenn der... wenn der Stromausfall da ist... müsste halt eben die Gasflasche... aufgedreht sein... dauerhaft... auch so... ohne Druckverlust... stehen... und das ist halt eben... ähm... nicht gestattet... von daher... würde das dann nicht funktionieren... bei diesen... Geräten... genauso wie die Fernbedienung... Funkfernbedienung nicht... ja... man kann es zwar anschalten... also ausschalten... und dann direkt wieder anschalten... aber wenn es lange steht... dann nicht... also Tag oder so... oder... Gasflasche... aber... je nachdem... was man dann damit machen will... muss man sich halt... umschauen... ob es vielleicht... eine andere Alternative gibt... ich meine... den gleichen haben wir auch... als Reinbenziner... steht auch sportlich da... ja... tiefer gelegt... Reifen können wir noch... von weiter... ja... die Felden müssen glaube ich... noch mal gemacht werden... aber... aber sonst... jeder Spieler ist sportlich... dann haben wir auch hier... egal... gerade hier... aber... ein anderes Thema... dann wollen wir noch... einen machen... komm... so sieht er aus hier... Adamak Selection... oder was? ja... gerne... ich meine... da sind ja unsere... unsere Klassiker... eigentlich... ja... und... was haben wir da alles drin... da haben wir wohl durch... ne... erst mal... gibt es ja auf der... Adamak Selection... die 7 Jahre Garantie... wenn man sie... haben möchte... genau... kreuzlicher Wärme... kann ich davon ja auch nicht vergessen... damit ist man noch mal... ein bisschen länger abgesichert... genau... Stunden... Stundenanzahl bleibt gleich... weil... ist... ist halt Fakt... ne... ist wie beim... ist wie beim Auto... also... um das zu erklären... viele Leute denken immer... 500 Stunden ist verdammt wehig... ja... aber fährst du 500 Stunden... mit dem Auto... auf der Autobahn... mit 130 kmh... hast du grob geschätzt... 135.000 km auf dem Buckel... und so wenig... ist das ja dann auch nicht... äh... 75.000 km... ähm... und das ist halt... auch bei Ingwerter... man nimmt da so ein Zwischending... bei uns... bei Ingwerter... ist es noch mal mehr... weil die fahren... bis zu über... 5000... und... deswegen ist 500 Stunden... eigentlich gar nicht so wenig... ist ja... wir reden ja... bei allen Aggregaten... über... Notstromaggregate... bei den Industrieaggregaten... das sind dann Dauerläufer... die können dann... deutlich länger laufen... aber so eine Lebensdauer... von Standard... Notstromaggregate... sind bis zu 3,5 Stunden... wenn sie recht... in Erinnerung... hat... was wiederum... 340... 360.000 km... sind... und dann... bis in 500 Stunden... gar nicht so wenig... wie es sich... anhören... könnte... und dann 7 Jahre... brauchen wir nicht zu erklären... oder? ich meine... nach den 500 Stunden... sind wir ja auch nicht weg... sondern... man kann ja immer noch... Kontakt zu uns aufnehmen... und man kriegt ja auch... alle Ersatzteile... und so weiter... und... da wird sich ja dann schon... da freut sich der... der Gimmseil über jeden... genau... und die Gimmseil über jeden... ja... ja genau... den kann man mal einschneiden... der freut sich... der hat ja sonst nichts zu tun... dann verkaufst du Qualität... hast du den Service nicht... deswegen... der sitzt da immer... und dann... sobald einer reinkommt... dann... dann... auch... ja... der freut sich... ja... den haben wir irgendwann auch noch... hier von der Kamera... wenn er sich rasiert hat... oder so... ja... den Kopf... Bart rasiert ja nicht... das kannst du vergessen... das kannst du vergessen... ja... da haben wir uns... ein paar coole Aggregate... ausgesucht... wundgemischt... zwischen den Inverter... normale... Pensiver mit Gas... oder nur Pensiver... genau... was bei den Invertern vielleicht... auch noch interessant ist... ähm... die Inverter passen... die... die Drehleistung am Motor... an... ähm... kommt auch häufig... als... als Frage... äh... von Interessenten... von Kunden... ähm... wird weniger abgenommen... drehen die auch... leiser... drehen mit weniger Umdrehung... und verbrauchen... dementsprechend... auch weniger Sprit... ja... und das zwischen 2500... bis 2500... umdrehen... genau... aber es ist... deutlich... deutlich zu merken... wenn man so ein Gerät dann mal... mit Einsatz hat... dass... ähm... die auch deutlich ruhiger... und leiser sind... und wenn dann wirklich... äh... nah am Maximum ist... dass sie dann halt... eben nochmal... ganglisch halten können... da irgendwie noch mal... richtig ist... ja... also da hat man dann eben... bei der Adelbach Selection... einmal unsere... Lieblingsaggregate... mhm... wo es natürlich... wie gesagt... also die allgemeine Fehlerrate... liegt bei weit... unter einem Prozent... bei uns... aber die haben halt so gut... wie überhaupt keine Fehler... äh... also hauptsächlich ja auch... unsere Klassiker... die wir schon wirklich lange... und... äh... die auch... Kundengeblinge sind... also die Kamus... ähm... wenn es etwas größer... der 12.000er... äh... äh... ähm... über Outdoor Schiengau... äh... auch schon mal vorgestellt... und da sollen wohl... zwei, drei Klicks drauf sein... und... äh... der hat das dann vorgestellt... auch mit der... Funkfernbedienung... weil... die meisten unserer Aggregate... äh... die kann man ja mit Funkfernbedienung... ausstatten... mhm... auf bis zu 300 Meter... 150 oder 300 Meter... äh... 50 oder 300 Meter... ein Timer... also ein digitaler Timer... den man sieben Tage... die Woche einstellen kann... und dann kann man sagen... da muss da angehen... da muss da ausgehen... hatte ich auch schon einen Kunden... hat das für eine... ähm... 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 Schwimmteileanlage... für eine Pumpe benutzt... dass der wirklich... ähm... zu bestimmten Tageszeiten... wenn halt... Sauerstoff bekommt... wenn die Sonne scheint... genau... wenn es halt angehen soll... ähm... dann geht er an... und danach... wenn er... komplett getauscht hat... oder wenn es halt eben reicht... von der Pumpleistung... dann geht er wieder aus... und so hat er ihn installiert... genau... das äh... das hab ich glaube ich... hab ich auch noch nicht oft gesehen... weil es da Funkfernbedienungen gibt... äh... Profifunkfernbedienungen... also nicht die... äh... jetzt muss ich vorher richtig sagen... äh... 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 die günstigen... sag ich auch noch mal... ja... um da kein Kontinent zu nennen... und äh... weil die Guten kommen auch... aus diesem Kontinent... ist halt nicht der günstige Kram... der... da gibt es auch Funkfernbedienungen... die liegen meistens bei der Inverter dabei... auch bei vielen... bei unseren Invertern... das bewerben wir dann nur nicht... dass die Funkfernbedienung dabei ist... so... weil die gehen eigentlich mal... auf 1 Meter... und dann gehen sie mal... auf 50 Meter... äh... kommt ganz drauf an... äh... wer gerade da und her... äh... äh... funkt... oder... ob der irgendein Elektromast in der Nähe ist... oder ob der ein iPhone 14 in der Tasche hast... dann... gehen die zwar auf Funk... oder manchmal nur... auf 10 Cent... das Handy... das kann alles passieren... und dafür haben wir dann... Profi Funkfernbedienungen... die entweder auf 50... oder auf 300 Meter... funktionieren... die kosten leider einiges... aber dafür funktioniert es... ja... und äh... genauso bei dem Timer... das ist auch eine coole Sache... und ja... aber sonst... das erste Stuttel... ist noch ganz klassisch gehalten... hier mit äh... immer FI-Schutzhalter... 230... 400 Volt Umschaltung... für volle Leistung... auf 230 Volt... also 90 Prozent... äh... ATS-Anschluss... dann haben die so einen Autoanschluss... das Autoanschluss... ist für... Photovoltaik... dass man dann die Batterien... äh... laden kann... und die Batterien... unter... bestimmten... Prozentsatz... Ja... und ein gewiefter Elektriker... kann darüber... auch eine eigene Schaltung... bauen... also es ist ein potenzial freier... Kontakt... der einfach verbunden werden muss... und dann startet das... das Aggregat... ähm... wenn man sich irgendwie... eine eigene Schaltung... bauen möchte... oder... mit irgendwelchen... anderen Gerätschaften... verbinden möchte... genau... bei ATS... nicht... aber... Ja... da haben wir so ungefähr... oder? Ja... Wollen wir noch was erzählen? oder so? Man könnte natürlich... noch weitermachen... aber... ich glaube... die größten Produkte... die wichtigsten Produkte... meine Lieblingsprodukte... ja... 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 ich meine... gestern... die... ähm... die... Batterien... von Ecoflo... die haben wir ja gestern... mit Felix... oder im letzten Video... je nachdem... wie man es hat... im letzten Video... genau... äh... ja... oder den Kollegen... oder die Kollegen... ja... Plural... ja... ist ja toll... Telefonzeiten haben wir schon mal durchgegeben... aber sonst... 8-23... fast... 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 bald... bald... ne... aber... zu allen Tages- und Nachtzeiten... eigentlich... ja... sonst können wir... für Fragen... für Aggregate... oder sowas... wenn wir da mal ein Video machen sollten... können wir live gehen... wir können... YouTube-Videos machen... was auch immer für Videos... äh... kann vorbeikommen... genau... wenn wir nicht aus der Nähe kommen... gerne nach Spelle kommen... Lechteweg 13... das Ganze mal angucken... ja... wer... 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 wer zur Krone will... ist neben Ademanns... muss man auch mal sagen... ja... über all jeden Fall eigentlich... manche Leute kommen zu uns... und fragen ob die Krone ist... aber... ja... ist... ist direkt nicht... machen wir so oder? ja... so machen wir's... ja... ja... dann Dankeschön... schönen Tag... tschau...